Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Herzlich willkommen zurück zu Borderlands mit der Lizzie. Da habe ich sie gerade gesucht, aber hier steht sie. Ja, ich bin hier. Hallo. Wir wollten schon mal Richtung Auto gehen. Leider haben uns diese ekligen Tiere... Aber es sind immer nur die Kleinen. Die sind relativ schnell tot. Ja, zum Glück. Sag das nicht so laut. Es kommt da gleich noch was Größeres. Wir wollten nämlich zum Autohaus. Das klingt so klasse. Wir holen uns alle das Auto auf. Also so was mit mutierte Sonnenblumen. Oh, sie stinken. Ich dachte, was machst du denn? War hier der Autoladen? Ja, ja, doch, doch. Können wir Autos holen. Autos. Jeder eins? Nee, nee, du fährst. Nein! Teleportier dich bloß nicht. Nein, nein, nein. Ich generiere mir ein neues Fahrzeug. Ich sitze schon wieder an dieser bekloppten Kiste. Das ist so dämlich. Ey, Jungs, könnt ihr mir mal runterhelfen? Sonst lasst dich sterben. Ja, 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 ich versuche... Nee, weißt du, was ich jetzt mache? Ich lasse das Auto kaputt schießen. Ach so. Ich lasse das Auto jetzt kaputt schießen. Dann ist es nämlich weg. Ich komme mal in deine Richtung. Da. Und nee, ich... Ach so, du respawnst jetzt. Wir spawnen schon. So. Wo respawnst du? Wo ist kaputt? Bei der Arena. Ah, okay, warte. Wo wir eben gerade gestartet sind. Wo komme ich? Wo kommst du? Von da kommst du. Mit einem kleinen Übersteiger. Ach, hier komme ich durch, oder? Ja, ich komme schon da hingelaufen. Das war so dämlich. Ey, ich habe mir nichts beigedacht. Schon war ich wieder in diesem bekloppten Karre drin. Aber jetzt ist sie endlich kaputt. So, ich versuche jetzt mal zu fahren. Ja. Das wird großartig. Ja. Ach, schön. So, ich muss mal aufhören. Das ist entspannt. Weiß ich nicht. Moment. Muss man jetzt hier rechts? Äh, ja, da können wir aber mit dem Auto, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Oder? Doch, schaffst du. Schaffst du das. So. Ach, hier waren wir ja schon. Ja. Ah, komm, Präzisionsarbeit, jawoll. So, und jetzt? Hier kann man auch Autos kriegen. Ja, jetzt kommen wir hier nicht weiter. Da müssen wir jetzt aussteigen und zu uns gehen. Oh Gott. Oh, da vorne sind schon wieder... Ja. Wie er fliegt. Der Schaden ist so lächerlich. Ja. Da kann man genauso gut selber schießen. Das haben wir auch nicht. Ach, schön. Ach, hier war das mit diesem komischen Ausrufezeichen, was wir nicht gecheckt haben. Woa, 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 woa. wir kommen jetzt von allen seiten ja du bist der arm weg geflogen so das wollen wir nicht so kommen noch mehr oder was oder was oder was der psycho da ist er explodiert der psycho so wie weit verstreut diese blöden tagebücher sind und wie kommen die eigentlich hierher ich denke die ist irgendwo alleine ja keine ahnung was war das für warum wird die musik so hektisch ach hier ist noch ein brennenden abschlippraten bei mir so war einer dem klaue ich irgendwas da schnell so hier müssen wir nicht laufen jetzt müssen wir aber hier durch wenn das da hinten ist sollten wir vielleicht schon mal ein aufnehmen warte da oben ist wieder dieser diese gettling gun da müssen wir mal wegkriegen kannst du die von hier aus sehen ich guck mal ja ok fliegen raketen also treffe ich den denn nicht so der aber jetzt ach ist das herrlich mit raketenwerfer dagegen zu rennen ich wollte gerade sagen ich konnte ich nämlich eben gar nicht wiederbeleben das kann ich nicht nehmen das kann ich nicht nehmen ich bin mir jetzt sicher dass die kammer hier ist und dass das symbol etwas damit zu tun hat wie man sie öffnet ich habe alles doppelt und dreifach überprüft anscheinend ist die kammer massiv gesichert aber alle 200 jahre kann sie geöffnet werden sie muss etwas extrem wertvolles enthalten vielleicht noch wertvoller als die atlas technologie aber noch muss ich nicht bedeckt halten denn liege ich falsch bin ich erledigt liege ich richtig sie klamieren meine bosse den erfolg für sich ich muss die kammer finden 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 ok diesmal habe ich alles gehört sehr gut ich auch so wir müssen in diese richtung da oben sind wieder raks wenn du durch rennst da wo der einzelne typ hängt ah das da geht mir auf mich wollte ich jetzt nicht so das waren die wachs so das waren die wachs da oben habe ich eine kiste gesehen mhm sogar mehrere ah das ich wollte gerade sagen das war doch eine besondere kiste ja aber da waren leider nicht nicht tolle sachen drin mhm mhm war ein weißes sniper mhm okay mhm mhm kann ich ja mal ausprobieren mhm so hier kommen schon oh königin war es schon denn endlich wenn man die am arsch kriegt dann sind die echt schnell down ja ich versuch's mal jawoll sauber ja bleib das ja Gnav, 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 Gnav. Hilfe! Was jetzt? Ich hab hier noch einen Soldaten. Ja, ich hab so einen anderen. So, der Soldat ist weg. Der Knallharte ist noch da. Ja, warte mal, kannst du ihm jetzt den Hintern schießen? Ja. Oh, schon wieder so ein Kreiselteil. Boah, komm, der muss doch da... Alter! Oh, verdammt nochmal, was hält der denn aus? Ich hau ihm Raketen in den Hintern. Ich meine, da würden sich andere vielleicht drüber freuen. Trotzdem. Endlich. Ah, ein Schock-Artefakt. Ja. Boah, sind die ätzend. Ja, endlich. So, also von hinten ist echt prima. Da kommen noch mehr. Hier liegt ein Berserker. Da kommt noch ein König. Da kommt noch ein König. Ich hab mein Dings aufgestellt. Ja. Ja, dreh dich zur Seite. Das ist super. Jawoll. Sehr schön. Ach, nie. Dieses blöde Kreiselteil. Dankeschön. Bitte. Oh, ich hab keine Money mehr. Nein. Für meinen Raketen wäre er vor. Warte mal. So, jetzt wieder sind eure Schaden aus. Ach, ich will nicht in den Say. Lass mich aus dem Talk-Ding raus. Scheiße. Mann. Okay, der Säureschaden war nicht schlecht, aber es bringt mir nichts, weil ich dann sterbe. Jawoll. Oh, jetzt muss ich kämpfen. Hält nix so. Oh nein. Knallhart haben. Oh, Alter. Das ist nicht euer Ernst, oder? Nassi, in Ruhe. Nein. Mal gucken, wo ich bin. Nein. Ich wollte gerade helfen. Oh, shit. Jetzt bin ich selber tot. Die stehen auch direkt in mir drin. Oh Gott, sind wir weg. Ah. Aber, kommt man hier einkommen? Nein, nein, nein. Komm, 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 komm. Schieß. Ah. Ja. Stehst du wieder? Ja, ich stehe wieder, aber ich weiß nicht, wie lange. Ich versuche, zu dir zu eilen. Oh, diese blöden Kreisel-Mutantenteile, ey. Ich werde wieder angehübt von irgendwas. Ich laufe einfach weiter. Die Musik ist so hektisch. Ja, die ist auch hektisch. Die hat auch hektisch zu sein. Ich bin bei dir tot. Scheiße. Ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Dann lebe ich wahrscheinlich nicht mehr. Oh. Shit. Entschuldigung, weil ich das Mikro schreie. Komm, den habe ich. Jawohl. Zeig mal deinen Puppe. Da hinten sind noch mehr. So. Jawohl. Oh, endlich. Da sind aber noch ein paar. Ich bin schon wieder. Oh Gott. Da hinten sind noch ein paar. Auf den Raketenwerfer. Sind alle schon angeschlagen. Ah. Der Kreisel ist weg. Ja, der König auch. Der Soldat. Der Soldat ist auch weg. Arbeiter. Der Arbeiter ist auch weg. Oh, das ist noch ein König. Wie viele Könige habt ihr denn? Was ist das für eine Monarchie? Ach, das ist noch ein Arbeiter. Nein. Kommt, der ist doch sauenleicht. So, der ist da. Jawohl. Der auch. Oh. Hey, überhaupt nicht übertrieben oder so hier alles? Oh, mach mal so. Es geht schon besser. Hier ist noch so ein Medi. Was war das denn? Select Transfusion? Ja. Hier ist noch ein Medi. Medi, Medi, Medi. Hier bei mir ist noch eins. Okay. Ach so, das kann ich ja mal ausrüsten. Dann habe ich wieder Platz. Oh. Hallo. Sehr schön. Das behalte ich mal. Na, wir schmeißen die ein bisschen was ab hier. Ja. So. Na dann. Machen wir uns auf den weiteren Weg. Noch mal ordentlich Raketen hier einsammeln. Boah. So. Warte mal. Das war doch eben. Wie viel hat das denn das Schild? Hier ist noch ein Medi. Cat. Kit. Cat. Ja. Weniger. Im Regenbogen aus dem Hintern. Ja, Cat. Ich nehme das mal. Das hat ein bisschen mehr Schutz. So. So, hier kannst du dich noch mal heilen hier bei mir. Was ist das denn alles? Ja. Schund ist das alles. Schund? Ja. Schmutz und Schund. Ah, Pornoblättchen. Ich denke immer nur daran, dass man es auch gut verkaufen kann. Ja, 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 ja. So. Besser. Dann machen wir es auf der Suche, äh, auf der Suche nach die letzte Tagebuch. Tagebuch. Vontanis. Da unten sind Viecher, da will ich gar nicht hin. Nee, ich auch nicht. Oh, bitte schon. Oh, hier sind... Äh. Die sind mir aber lieber als diese Spider-Dinge. Das stimmt. Fuck, hilf mir. Ja. Fuck. Fuck. Wieso wirst du immer gleich eifersüchtig, wenn ich neue Freunde gewinnen will? Ich schalte dich ab. Ich schalte dich ab. Wieso ist denn noch Kampfmusik? Weil sie sich auch nicht so genau haben. Ach, nee doch nicht. Das wollte ich kurz sagen. Hä? Sind hier noch welche? Ich seh niemanden, obwohl hier ist noch ein roter Punkt. Irgendwo. Ach da, da läuft er rum. Der Arbeiterbandit. Oh ja komm, erlösen wir ihn. Winter in den Leid. Ach so, war es schon. Ja, das war es. Heilung? Ja, bitte. So, jetzt gehen wir noch Tennis finden. Tennis spielen, was wieder ganz da oben ist. Was? Oh nein. Und hier ist noch nicht mal ein Auto in der Nähe. Ach, dann können wir da auch eben hinrennen, was soll's. Ja. Dann nehmen wir den direkten Weg oder sowas. Aber da oben ist schon wieder so ein blöder Rack. Was wäre hier denn? Ja. Können wir, ne? Wir können da hochrennen. Mal gucken, was uns hier so erwarten wird. Wahrscheinlich Horden an Gegnern. Horden? Horden. Orks. Genau. Orks Horden. Hast du viele Kisten hier? Ja, spring hier runter. Oh, Brenner. Geht von der Kiste weg. Also ich mein jetzt... Meine Kiste! Ich mein jetzt die anderen. Meinst du den Psychopathen? Ich mein jetzt die andere Parten. Komm, die schocken mir denn jetzt. Ah! Aber ist schon kaputt, das Fass. Boah, der hält aber was ab. Nein! Warum? Wo wies du? Hier! Mal versuchen, ob ich hier um die Ecke... Natasha kämpft um ihren Leben. Ich kann nicht um die Ecke heilen, du. Da wäre ich nämlich nicht getroffen. Okay. Oh, guck mal, was hält der aus? Was hält der aus? Was hält der aus? Knallhart ist der. So. Ah. Nee, das... Nö. 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 Ole. Ole, 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 Schöne. Ich bin immer so verlockt. Ja. Was haben wir denn hier? Ach, Munition. Nur Munition. Hä? Mann, ich häng fest. Ich geh mal aufs Klo. Kisten! Ein Klo. Deiner Munition im Klo verloren. Oh, das tat bestimmt für mich. So, Moment. Wo sind wir denn jetzt hier? Nee, wir müssen hier raus. Wir müssen hier raus aus diesem Loch. Oh, nein. So, ja? Ja, genau. So, ja. Wir müssen hier raus. Ich komme nicht alleine raus. Oh, nein. Oh, nein. Ach, wir sind ja auch schon wieder hier. Ja, wir sind... Man läuft hier mega im Kreis. Ja. Das ist zum Kotzen. Mensch, wenn ich das Auto doch nicht zerstören brauche, dann hätten wir ein Auto da. Was irgendwo festhängt. Ja. Ah, geh kaputt. Ich lasse mich an eure Ärsche ran. Müsstest dich mal heilen, wenn ich das so aus dem Off sagen darf. Ja, ja, ja. Ich habe noch zwölf Punkte. Das gilt noch. So. Der streckt mir gerade sein Pops entgegen. Ah! So, dann. Rechte malzige Neuigkeit. Hier ist ein Medi. Ja, 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 ja. Das ist sogar noch besser. Huch. Ist noch ein Medi hier? Ja. Mann, ich wollte mich gerade heilen. Wie unhöflich bist du denn da? Aber hecht der. Oh, da kommen noch mehr. Okay, das hat die überhaupt nicht gefacet. Da ist der Arsch. Da war er. In allen Spielen muss man auf den Kopf zielen und die auf den Arsch. Ja. Das verwirrt mich. Jetzt hast du ihm den Arsch voll abgeschossen. Au. Huch. Ach, du bist ein blödes Kreiselteil wieder. Ich glaube es. Ich versuch dich mal zu heilen. Ja. Ich muss das nächste Neue mit dem Raketenbärmer da drauf schießen. Ach. So. Danke. Ach, ich hab keine Mulde mehr. Deswegen kann ich auch nicht mehr schießen. Logisch. Hä? Hä? Ach so, weg sind sie. Okay. Ja. Puh, wir können ja mal die Folge beenden. Wir sind gleich bei 35.000 Minuten. Ne, 25 Minuten. Echt? Ach, 25. Okay. Nein, ist ja gut. Dann geht er noch. Dann geht er. Okay, dann danken wir euch fürs Zusehen und sagen bis zum nächsten Mal bei Borderlands. Mit der zweilöchrigen Lizzie, wie ich gerade sehe. Du hast auch zwei Stück. Ich muss nur sagen, da. Ja, ich hab auch zwei Löcher. Also, bis zum nächsten Mal bei Borderlands. Macht's gut. Tschüsschen. Alles Liebe, tschüss.